Musik Guten Morgen Leute und beziehungsweise guten Morgen wir haben jetzt schon 12 Uhr, what the fuck is going on und äh ja ich hab gestern nichts gefilmt und ich hab heute auch nichts gefilmt weil einfach nichts passiert ist wir haben einfach nichts gemacht und ja, deswegen wollte ich euch nur mal ganz kurz ein Update dalassen, was gerade so abgeht und zwar lade ich mir gerade die Iris 9 Public Beta runter und an alle von euch die ein iPhone oder so besitzen und die sich da so ein bisschen für interessieren für das neue Betriebssystem und so weiter die wissen, dass das toll ist weil man sich eine offene Beta runterladen kann und ich würde sagen wir sehen uns dann einfach später wieder wenn ich so ein bisschen mehr gefilmt habe ich weiß auch gar nicht, was ich heute filmen soll weil heute ist einfach wieder ein total unspektakulärer Tag aber vielleicht mache ich irgendwie Fragen und Antworten oder irgendwie sowas bis gleich wir sind noch nicht nass wir sind noch nie wir sind noch nicht nass wir sind noch nicht nass Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in diesem Game-Laden. Ich habe jetzt noch was zu trinken gekauft. Wir werden heute auch noch ins Kino gehen. Dann nehme ich euch auch auf jeden Fall noch mit. Und ja, sorry, dass gestern, ich glaube gestern kam gar kein Vlog, oder? Doch, der Ikea-Vlog kam und danach wieder mal keiner. Ich habe es nicht geschafft, weil es einfach nichts Spannendes passiert. Aber ich meine, ihr habt das ja eh gesehen. Und ja, ciao. Hallo Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause. Und was ich euch erstmal zeigen möchte, ist, was ich mir alle so gekauft habe. Ich habe mir ein... Wir waren bei GameStop. Und da habe ich mir so einen kleinen Yoda-Pup gekauft. Aber wie ihr sehen könnt hier, die haben mich verarscht. Der hatte einfach keine Hand. Und genau in dieser Hand hätte er normalerweise so ein Laserschwert. Hier und auf der Verpackung sieht man ganz genau, dass er da normalerweise noch ein Laserschwert hätte. Und was ist? Nein, er hat kein Laserschwert mehr. Aber ich nehme ihn auch so auf, weil... Wisst ihr? So Behinderungen, die ein Tier oder ein Wesen oder ein Ding davon trägt, halten mich nicht auf. So, dann habe ich mir noch den... Okay. Fall einfach mal runter. Egal, dann zeige ich euch den ohne Plateau. So ein Chewbacca gekauft. Den finde ich voll geil. Also, keine Ahnung. Also ich finde, ich mag die irgendwie lieber, wenn die so aus der Verpackung draußen sind. Und ich habe dann da vorne so meine Wohnwand. Also oben so ein gerades Regal. Und da stelle ich die dann drauf. Und Wolverine habe ich ja auch noch von der Loot-Chef. Und ja, auf jeden Fall mega, mega cool. Und dann zeige ich euch auf jeden Fall noch den Rest, was ich heute so gekauft habe. Weil irgendwie, es verschwinden immer alle meine Socken. Und ja, sonst habe ich mir heute nichts gekauft. Wir gehen jetzt dann noch ins Kino. Das seht ihr dann eh alles. Macht's gut. Und wir sehen uns dann im Kino. Leute, wir sind jetzt im Kino. Und wir gucken an Mama gegen Papa. Wer hier verliert, gewinnt. Und ja, hier sind noch nicht so viele Leute. Deswegen kann ich hier ganz in Ruhe vloggen. Aber da vorne kommt schon welche. Okay, mein Bruder hat mir Nacho angeboten. Das ist wirklich sehr nett. Herzliche Frage an euch. Seid ihr im Kino eher Popcorn-Esser, so wie ich? Oder eher Nacho-Esser? Schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, dankeschön. Ciao. Jo Leute, eine kleine Live-Reaktion. Und wir sind jetzt gerade vom Kino-Saal draußen. Das heißt, wir sind jetzt hier noch im Kino. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Hier oben ist gerade nichts los, weil wir sind im dritten Stock. Das Kino hat drei Stockwerke. Ja, ich weiß. Ich bin sehr, sehr dunkel belichtet. Was auch immer. Ich muss sagen, der Film war Bombe. Ich musste an so vielen Stellen so hart lachen. Das Einzige, was ich ein bisschen begritteln muss, ist, dass der Kinosaal einfach viel zu warm war. Der war überhaupt nicht gekühlt oder so. Das war auch einer der kleinen Seele hier. Sonst sind die ja alle riesig. Und der war halt etwas kleiner und leider nicht gut gekühlt. So, ich melde mich jetzt nochmal. Und zwar muss ich sagen, ich freue mich mega auf The Fantastic Four. Ich bin ja sowieso der Ultra-Kinogänger. Das heißt, ich gehe mindestens im Monat zweimal ins Kino. Keine Ahnung, wie oft geht ihr ins Kino? Schreibt es mir einfach mal unten in die Kommentare. Weil ich muss sagen, es ist schon echt mega teuer. Und im Hintergrund sind gerade der Conchita-Wurst. Warum muss hier Copyright Music laufen? Warum? Die Endcard, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach ein Däumchen nach oben da. Schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr Lust habt. Macht es gut und ich gucke schon wieder die ganze Zeit auf dem Display. Hör auf damit, Thomas. Ciao.